So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Overlord. Wir haben letztes Mal die Goldo-Statue zerstört und müssen uns jetzt mit den angreifenden Zwergen rumschlagen, die aus irgendeinem Grund der Meinung sind, dass der Unterweltstein nicht so das Richtige für uns als das war für die Burg ist. Ja. Diese kleinen Flammenwerfer kenne ich aus der Arena schon. Da habe ich auch eine relativ effektive Methode gefunden, sie zu bekämpfen. Das ist einfach ein Vorteil, wenn man alle dazu bringt, gleichzeitig zu schießen. Also, alle, wenn es nur einer ist, ist es nicht so schwer. Weil ein zu synchronisieren heißt, man hat ein. Jetzt explodiert der gleich, mehr können wir nicht tun. Oh nein. Das heißt, wir sollten den Stein möglichst weit tragen. Dieser Speicherstand ist entstanden, als wir das Schwert zurückgebracht hatten. Jetzt fragt sich nur, wo liegt das Goldsäckchen? Ich bin er! Und dann stellt sich noch die Frage, wer rätzt den Blauen? Ja, ich hab doch... Wir müssen ja eh nicht mehr viel tun. Lass das. Also, in diesen großen Pflanzen hier sind ja regelmäßig Bomben. Und ich hab jetzt keinen Bock, da sind noch mehr Minions zu verlieren, weil die da unbedingt auf eine Bombe treten mussten. Oder eine Bombe öffnen mussten. Dann nehmen wir uns ein Vernichtungsteam mit. Der muss tanky sein, wenn man einen Overlord hat, der das ist. Zehn davon. Wenn ich dann noch meine Steuerung nicht rumspinne... ...wär das echt ideal. So, fünf Brownies. Nehmen den. Meine Minions verstecken sich... ...hier. In der Hoffnung, dass sie dann nicht platzen, wenn die Zwerge platzen. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ein paar Zwerge. Vielleicht nehmen wir sogar ein paar mehr mitwitzen. Ich weiß ja nicht, kommen da drüben noch ein paar? Können ruhig viele sein. Ja, das sieht doch schon mal zu traurig aus. Das sollte das Ganze doch bedeutend beschleunigen. Eine richtige Zwergenarmee. Dann stellen wir unsere Minions in Sicherheit da auf, weil jetzt wird die Statue schnell platzen. Letztes Mal hatten wir ja ungefähr die Hälfte der Zwerge dabei. Naja, so übertrieben schnell platziert. Egal. Wir kennen das schon. Na, davon wurden sie aufgehalten. Und da standen noch Zwerge im Weg. Geht trotzdem schön schnell. Also ich vergleiche jetzt so am Anfang, da hatte ich ja zwei oder drei da dran stehen. Da hat sich ja gar nichts getan. Und jetzt kriegt man doch schon, dass ich was brauche. Vielleicht zwei Wellen, das ist ein F-Kal. So, das geht auf die Lebenskraft. Genug! Oh, er möchte einfach nicht, dass ihr den Stein bekommt, Herr! Ja. Das sehe ich auch so. Aber warum, was hat er für einen Vorteil davon, wenn er den Stein zerstört? Hat er einen Vorteil davon? Eigentlich doch nur, dass ich den Stein nicht bekomme. Ja, vielleicht reicht einem das schon. Oder er kann sich einfach einen neuen herstellen. Ich kann die Patrolle hier wieder nehmen. So, dann wird er den Goldschratt eingesammelt. Alle Minions her. Okay, jetzt kommt das Zwergengemetzel. Ich kann die Statue scheinbar nicht weiter betragen, als ich es darf. Aber das heißt, ich kann mich auch den Flammenwerfer an früher stellen. Ich nehme also erstmal den einen auf der einen Seite. Und lasse die Grünen den im Rücken fallen. So, ihr kümmert euch um den. Ja, unsichtbar können wir die euch umsehen. Danke, dass wir drüber geredet haben. Und jetzt alle schnell weg. Ja, alle. Ist er jetzt gesichert? Okay, Welle 2. Jetzt nichts, was meine Flammenwerfer aufhalten würde. Vielleicht finde ich es schade, dass ich sie nicht besser platzieren kann. Ich glaube, sie hat bis jetzt noch fast keinen Schaden genommen. Das würde sie killen. Das würde sie killen. Das ist so ein Terrorist. Das habe ich doch richtig gehört. Da waren Bombenwerfer. Da sind Bombenwerfer. Okay, wer hat überlebt? Braune, rote, blaue, grüne. Nicht alle, aber doch ein paar. Mehr als die Hälfte. Dann looten. Und Unterwelt abschließen, das ist ganz wichtig. Ich habe die Bombenwerfer gar nicht erwartet hier. Okay. Ich hatte davor auch die Blammenwerfer nicht hier erwartet. Ja, irgendwo hängt einer fest. Zwei. Zwei hängen irgendwo fest. Ist der in der Wüste? Ich nehme es jetzt einfach mal an. Auch wenn ich mich ein bisschen wundere, dass wir das Wüstentor von Anfang an betreten konnten. Ich habe übrigens entschieden, dass wir die Waffenbesichtigung danach machen. Also alle legendären, alle veränderten Waffen, einzigartigen heißen sie, glaube ich, werden wir uns dann gemeinsam in einem, also im Finalpart ansehen. Was soll das denn jetzt? Also ich werde die sicher nicht in meinen Turm porten lassen, so. Das sieht mir viel zu sehr nach der Aktion, die ich mit der Elfengöttin gemacht habe, aus. Dass irgendwelche Helfer von ihm drin stecken, die dann über den Gnar, oder wie er da heißt, überfallen. Oder dass der schon wieder überläuft. Mal gucken. Mal gucken. Eventuell sollte ich auch vorgehen. Also, wo soll's hin? Muss ich... Ah, da hinten. Ich muss nicht an den Käfern vorbei. Wie angenehm. Doch. Ach, ja. Der Mund geht immer auf und zu. Warum trage ich die Unterweltsteine in die Unterwelt? Ein. Zwei. Zwei. Drei. Und vier. Na, dann gucken wir uns das doch mal an. Infernale Unterwelt. Ja. Sieht schon mal laverig aus. So vom ersten Eindruck her... Okay. Wo ist das braune Portal? Wie soll ich jetzt meine Brownies wegschicken? Ach jo. Schnell! Bereitet eure Schergen vor! Worauf? Aber es gibt ja morgen die nächste Folge. Von daher hoffe ich es hat euch gefallen. Ihr seid morgen auch wieder dabei. Danke fürs Zuschauen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!